Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Hannover. Das Objekt wurde 1972 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller und einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 279.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Wir freuen uns auf die Objektive Behebungen. Vielen Dank.